und moin und hallo im heutigen video geht es um das einbinden von ich sag mal fremd pv invertern in eine viktron anlage mittels eines em24 zählers den kann man hier im hintergrund da sehen ich habe damit meine zaunsolaranlage angebunden die über einen normalen microinverter angebunden ist und wie genau ich das gemacht habe und was ich genau gemacht habe das werde ich euch jetzt zeigen des weiteren ja die verkabelung die software wie man gegebenenfalls ein firmware update macht und was man auf der viktron seite einzustellen hat ich öffne jetzt mal gerade die unterverteilung und zeige euch das mit der verkabelung und dann geht es weiter so flux aufgemacht das ganze hier kann man den zähler dann noch mal im detail sehen was man jetzt hier noch sieht ist dieser dieser drehschalter mit dem kann man diverse funktionen abrufen ich habe jetzt das ist übrigens frei belegbar ich habe jetzt hier einmal die spannung und die frequenz sowie die phasen belegung drauf auf der ersten position sehe ich die gesamt kilowattstunden und die aktuelle leistung und hier sehe ich noch mal die va also volt ampere hinter diesen abdeckungen hier sind jeweils die anschlüsse sprich die drei phasen entgegen der anleitung des carlo gawazi war dort eine feste ip-adresse konfiguriert beim einbau das werde ich euch aber noch mal gleich zeigen in der software des weiteren ist es so dass man den zähler damit der vernünftig in der viktron anlage auch als erzeugungszähler funktioniert quasi falsch rum belegen muss eigentlich ist hier oben der eingang des zählers und hier unten der ausgang das würde man zum beispiel so machen wenn man die wenn man den zähler am hausübergabepunkt einsetzen würde jetzt als erzeugungszähler ist es genau andersrum ich habe hier oben mein wechselrichter angeschlossen und unten ist der ausgang so dass die werte dann die richtige das richtige vorzeichen haben also normalerweise wenn ich es jetzt wenn ich es andersrum anschließen würde dann würde er ein minus also ein minus vor dem erzeugungswert schreiben und somit werden also sämtliche meiner erzeugten leistungen negativ und würden dann von den anderen erzeugern abgezogen hier unten kann man jetzt noch das ethernet kabel erkennen und das war es dann eigentlich auch erst mal wie gesagt man muss einfach wissen dass man den zähler falsch rum verkabeln muss das ist eine der wichtigen dinge wenn man sie wenn man ihn als erzeugungszähler nimmt damit wäre ich jetzt hier mit der eigentlichen hardware jetzt auch schon durch das ist natürlich nicht so richtig spannend weiter geht es dann jetzt an meinem pc mit der eigentlichen konfiguration des zählers und wie bekomme ich die ganze geschichte dann in der viktron anlage so angezeigt dass auch dieser fremd zähler den die die fremden werter den die viktron anlage eigentlich nicht kennt dann vernünftig angezeigt wird und natürlich dass auch in im portal angezeigt wird na also ja dann wechsel ich mal gerade den platz und bis gleich mal flux an dem pc gewechselt ich habe jetzt euch jetzt hier schon mal dass css 7 aufgemacht das ucs 7 ist ein tool von carlo gavazzi was man auch als ucs.zip bei denen runterladen kann ist etwa 80 megabyte groß und enthält die konfigurationssoftware für sämtliche von carlo gavazzi verfügbaren power metern oder smart metern oder wie man wie immer man die dinge auch nennen möchte also zähler mehr oder weniger ich habe hier oben schon mal schon einen zähler angelegt also last connection zeigt es an das heißt mein zähler hat momentan die ip-adresse 70 am ende als ich den zähler bekommen hatte hatte er per werkseinstellung die ip-adresse 192 168 1.10 am ende was zu einiger verwirrung geführt hat weil im manual sowohl bei carlo gavazzi als auch bei viktron auf der homepage steht dass der cp aktiv ist da habe ich mich natürlich dann auch erst mal darauf eingelassen und habe gedacht verdammt das ding funktioniert irgendwie überhaupt nicht hast ein fehler im ethernet oder was auch immer also in der ethernet verbindung nee war nicht so ich hatte nur einen ip-adresse konflikt mit einem meiner anderen smart home geräte was ich aber im ersten moment gar nicht bemerkt habe und als ich das dann geändert habe spricht die ip-adresse des carlo gavazzi es geändert hatte funktionierte plötzlich auch alles ich hatte dann noch zwei so kleinere fallstricke auf die komme ich dann nachher noch mal zu sprechen bei bei der viktron einrichtung weil schlussendlich wollte das system nämlich tatsächlich dann trotz der geänderten ip-adresse erstmal nicht so arbeiten wie es angegeben ist aber naja ich fange jetzt erstmal hier an sprich was passiert wenn man den die software das erste mal startet dann sieht man natürlich hier oben diesen diese last connection nicht was man dann machen muss ist man geht hier auf manual connection manual connection hier oben bekommt man jetzt diverseste arten von verbindungen zur verfügung gestellt also modbus rtu das ist mehr oder weniger rs 485 man kann hier den seriellen port einstellen die geschwindigkeit und noch die parity und stoppits und für gewöhnlich sollte das dann direkt funktionieren also dann klickt man hier unten auf connect und dann geht's so dann haben wir natürlich noch mal so andere dinge wie bluetooth oder usb oder auch bridge interessiert mich persönlich jetzt aber erstmal nicht so mich interessiert der modbus tcp dass der ethernet zähler ist stellt dieser direkt modbus tcp zur verfügung die sich abfragen kann und was auch die verbindung zur zur zum zervo dann hinterher stellt so ich kann dann sagen hier single ip oder ich kann auch eine ip range angeben sprich eine ip range wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin dann scannt er auch mal lustig durch ich weiß jetzt aber dass bei mir die ip-adresse 1.70 der zähler ist wie gesagt 1.10 war es bei mir als default mäßig aus der packung viel entgegen der anleitung so dann geht man hier auf connect und dann macht er nämlich genau das er verbindet sich jetzt einmal mit dem zähler jetzt habe ich hier oben den zähler selber schon mal zur verfügung ich kann hier auch recording starten also sprich wenn ich über längere zeit mal irgendwelche werte aufnehmen möchte ansonsten klicke ich jetzt hier einfach auf open und sehe dann habe ich mache das fenster mal gerade ein bisschen größer so sehe dann die aktuell jetzt momentan verfügbaren werte natürlich ist das jetzt irgendwie die solaranlage die dahinter hängt hat einen wechselrichter der 1,8 kw kann und das ist natürlich nur ein tropfen auf den heißen stein für einen zähler der ja dreimal 63 ampere nominale leistung kann power faktor wird hier angegeben also sprich cosinus phi von 1 jetzt momentan ich weiß nicht ob das tatsächlich korrekt ist aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus da die zähler ja auch echt wirklich wirklich qualitativ hochwertige geräte sind hier sieht man jetzt den aktuellen verlauf des stroms auf den drei phasen wir sind auf allen drei phasen auch nahezu gleich wir haben derzeit eine erzeugung von etwa 1,2 kw auf alle drei phasen aufgeteilt was man jetzt hier oben noch sehen kann ist current also strom momentan 1,7 ampere pro phase er ist hier in diesem bereich leider nicht sehr genau aber ich kann euch sagen die modbus werte sind genauer das heißt man hat da noch ein paar nachkommastellen und auch bei der auswertung der der leistung also der auswertung in watt sieht man dann hinterher sagen wir mal 1000 1350,7 watt oder sowas also das ist auch noch mal deutlich genauer als das hier ich habe dann hier noch mal die spannung auch da ist es natürlich der ist bis 400 volt geeignet also phase phase und 230 volt nominal phase null und das zeigt er hier auch an also hier so leichte unterschiede zwischen den phasen ändern sich natürlich tendenzen sollen diese pfeilchen hier sein die er da anzeigt aber naja das ist mehr oder weniger 230 volt plus minus ein bisschen das passt alles schon so ja power ist halt entsprechend der die leistung die auf den phasen momentan anliegt das ist natürlich irgendwie alles spielkram im vergleich zu dem was der eigentlich kann der der zähler wie ich das vorhin sagte kann man den ja auch als 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 es ist zähler also für er ist es systeme verwenden um ja um zum beispiel die den 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 hausübergabepunkt des versorgers damit abzufangen und somit dafür zu sorgen dass ein drei phasen system dann locker flockig irgendwann den übergabepunkt bei null hält das würde dieser zähler dann auch machen ja energie ist klar ne ich habe den zähler jetzt gerade auch erst eingebaut und damit ich jetzt dieses video nicht vergesse habe ich jetzt auch direkt angefangen das heißt ich habe jetzt erstmal so eine kleinen sehr kleinen wert von nur 8,5 kw insgesamt erzeugt über die drei phasen und auch in meine insel eingespeist das war es jetzt erstmal zu den anzeigemöglichkeiten die man hier so hat wie gesagt man hätte hat hier auch die möglichkeit recordings anzulegen also so eine art langzeitanalyse des netzes zu machen man kann alles mögliche an werten daraus fummeln wenn man das möchte sprich auch frequenzen und tendenzen alles mögliche also was man so wissen möchte über sein netz kriegt man da eigentlich auch aus dem system das wichtige was ich euch jetzt aber zeugen wollte war wie kann ich denn überhaupt die settings ändern und wofür sind diese settings überhaupt hier oben kann man entweder einmal auf settings klicken oder man klickt hier drauf das ist egal man erreicht beides mal diese seite hier das allererste was einem anzeigt ist was habe ich denn überhaupt für ein für ein system momentan also bei mir ist es ein drei phasen system mit neutral man kann das ganze aber auch hier sind drei phasen system ohne neutral betreiben man kann sogar ein und zweiphasen system betreiben aber für gewöhnlich würde dass hier ist das wahrscheinlich euer das was in deutschland so üblich wäre was man so wählen sollte wichtig noch hier oben diese warnung die ist nämlich nicht nicht unkritisch wenn auf dem carlo gavazzi zähler ein da ist ein kleines schalterchen dass ich in vier positionen drehen kann und wenn der in der position lock steht also schloss schloss zu auf bildlich also mit der symbolik dann kann man diese ganzen einstellungen die man hier vornehmen kann nicht speichern ganz wichtig zu wissen also stellt den auf unlock also auf eine der anderen drei positionen und dann kann man hier auch auf safe drücken und der merkt sich die ganze geschichte auch so dann fangen wir mal an hier hat man die möglichkeit die die application auszuwählen das ist eigentlich das eigentlich wichtige hier die application selber kann man im im wo habe ich es denn jetzt hingetan da habe ich es hingetan und zwar ist hier ein die anleitung des carlo gavazzi zählers mal gerade gucken wo die applications sind da das sind die anwendungen also applications sind die anwendungen und schlussendlich fragte ein was willst du überhaupt machen also was soll ich hier zählen soll ich einphasig zählen soll ich dreiphasig zählen möchtest du phasen sequenzen angezeigt haben möchtest du nullleiter spannung angezeigt haben oder was auch ich standardmäßig steht dieses ganze ding auf h also schlussendlich drei phasen mit allem was geht und das muss man eigentlich nicht verändern ist aber ganz schön zu wissen dass man das auch anders nutzen kann der zähler wie gesagt er kann auch einphasig betrieben werden muss man ihm dann nur sagen dann gucken wir uns mal den nächsten punkt an display da hat man mich jetzt diese möglichkeit erstmal ein passwort zu setzen standardmäßig ist das 0 0 0 also wenn man jetzt am zähler selber nicht möchte dass irgendeiner an den settings rum spielt dann ändert man hier dieses passwort ich selber habe das nicht getan weil normalerweise geht da keiner dran kommt auch keiner rein und standardmäßig stehen diese page geschichten hier auf 3 1 3 3 das heißt man hat nur zwei pages die man eigentlich mehr oder weniger auswählen kann also pages sind im endeffekt die anzeigen innerhalb der des des em24 also was soll dieses display jetzt an parametern anzeigen oder was soll es an werten anzeigen und auch das kann man jetzt in der anleitung nachgucken nämlich hier oben wo sind sie da es gibt insgesamt wie viel sind 28 pages also verschiedene seiten mit verschiedenen informationen die man sich anzeigen lassen kann eins ist dieses hier oben das ist also phasen sequenz also l1 l2 l3 da steht dann auch wenn ihr das vielleicht vertauscht habt städter l3 l1 l3 l2 so wie es bei mir ist das heißt ich habe zwei phasen phasen verdreht zeigte einem auch sehr schön anderen system nullleiter spannung oder spannung zwischen phase und nullleiter sollte natürlich im normalfall dann irgendwie 230 volt sein plus die netzfrequenz die kann sich bei mir sehr deutlich ändern in der insel also bis auf 53 mehr als 53 hertz hochgehen 50 hertz bedeutet bei mir alles ist grün batterie wird noch geladen ich habe noch kapazitäten frei 53 hertz wäre bei mir schon abgeregelt also sämtliche ac inverter gehen dann in den abschalt modus da dann irgendwas nicht stimmt also normalerweise nicht stimmt bei mir ist das absichtlich so weil die energie muss halt irgendwo hin ja 3 3 1 3 3 würde bedeuten ich habe einmal diese seite und einmal diese seite also importierte wirkleistung gesamt system wirkleistung und so weiter man kann jetzt einfach hingehen und das habe ich auch schon gemacht hier und kann verschiedene andere pages auswählen ich mache da ich ändere jetzt einfach mal meinen wert ich habe jetzt hier momentan vier und fünf gewählt das heißt wirkenergie maximalstrom und partielle wirkenergie ist vielleicht ein bisschen unspannend aber vielleicht hier so schein leistung und blindenergie das ist vielleicht gar nicht unspannend und ich stelle jetzt einfach meine letzte seite mal dahin um also ich wähle dann hier page 6 aus und sage save und somit hat dieses kleine also hat die anzeige dann des d des em24 auf der position kva her r h die informationen die hier unter 6 aufgeführt sind das heißt er hat das jetzt schon geändert ich habe das gespeichert fertig kommunikation ist klar das ist nämlich genau das ethernet interface was ich vorhin sagte dhcp steht auf disabled ich weiß nicht ob es tatsächlich welche gibt die jetzt ausgeliefert werden wo es auf enable steht ich fand es befremdlich weil es in allen anderen in allen anleitungen anders drin steht aber hier steht die ip-adresse war halt und das konnte ich tatsächlich nachlesen sollte dhcp ausgeschaltet sein ist die ip-adresse 192 168 1.10 hatte ich dann aber auch durch eine netzwerkscan schon rausgefunden dooferweise lag halt ein anderes gerät noch auf dieser ip-adresse so dass ich die erst ändern musste um den zähler überhaupt sauber ansprechen zu können und der zähler hatte sich dann zwischendurch schon bei beim servo angemeldet und war dann trotzdem nicht verfügbar das war dann das ein bisschen frickelig da gehe ich gleich noch mal weiter darauf ein ja subnet maske ist klar default gateway ist auch klar da müsste das einstellen was ihr bei euch habt das hier ist jetzt ein slash 24 oder 256 hosts innerhalb eines netzes ist oder eigentlich der standard wenn ihr zum beispiel eine fritz box habt dann steht hier irgendwas von 192 168 178 per default aber da muss man ja eigentlich auch nicht dran also wählt eine ip-adresse aus die eure fritz box nicht irgendwie zu weist oder euer router nicht irgendwie zu weist in der dhcp range und dann funktioniert das ganze schon reset ist genau das was drauf steht man kann einen großteil der zähler wieder auf null setzen auch hier gilt wenn das auf dem log auf der log position ist dann kann man nicht mehr funktioniert das nicht ich kann hier zum beispiel auch die 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 das laufzeit die laufzeit anzeige wieder nullen ich kann den gesamtenergie zähler nullen und ich kann auch teil energie zähler nullen also von daher ich weiß noch nicht ob ich es benutzen werde oder vielleicht nulle ich mal am jahresanfang oder so um zu sehen was die anlage jetzt über das gesamtjahr gebracht hat mal gucken weiß ich noch nicht und last but not least das firmware update ich habe hier halt die möglichkeit wenn ich denn ein carlo garazzi mit merkwürdigen ja mit merkwürdigen problem habe das gab es nämlich tatsächlich also bei mir ist jetzt die firmware welche was ich glaube 1.6 installiert genau die 1.6 es gab aber eine firmenversion 1.3 und die wurde auch so ausgeliefert und vielleicht habt ihr ja einen oder kauft ihr einen der irgendwo längere zeit im regal gelegen hat der jetzt dann auch diese 1.3 version noch drauf hat und die hat sich nämlich regelmäßig mal weggehängt beziehungsweise auch die kommunikation eingestellt ethernet ging nicht mehr und das ließ sich nur beheben indem man den ganzen zähler einmal stromlos gemacht hat und neu gestartet hat also sollte euch sowas passieren updatet die firmware die findet ihr auch bei carlo gawazze auf der homepage oder bei viktron professional im download bereich könnt ihr die runterladen und dann könnt ihr euren zähler updaten und danach sind diese probleme vergangenheit also das nur mal so als tipp weiterhin gibt es jetzt hier erstmal nicht viel zu tun man kann sich wie gesagt die kurven angucken wenn man das möchte kann man auch sein lassen ich persönlich finde sie jetzt nicht so spannend aber man sieht sie ja auch noch mal im viktron portal und genau dahin wechsle ich jetzt nämlich mal und zwar habe ich das jetzt hier oben schon mal geöffnet das viktron portal selber sieht bei mir jetzt gerade so aus ich habe also eine erzeugerleistung hier so von knapp 10 kw jetzt gerade im moment um drei uhr oder 15 uhr ein großteil davon kommt durch die pv inverter und da zählt jetzt tatsächlich auch schon diese bezaun pv anlage dazu die jetzt mit 1, ich glaube 1,2 1,4 kW stand da vorhin mit einspeist ich habe momentan eine last hier im haus von 4,4 kW pv charger machen auch noch mal 2,6 kW so dass ich hier mit 5,5 kW in den akku lade und irgendwie 4, hast du nicht gesehen kW verbrauche und hier kann man jetzt auch sehen wie das so heute gelaufen ist in den letzten 24 stunden beziehungsweise seit mitternacht falsch heute morgen war die sonne erst sehr spärlich ich habe den akku tatsächlich heute morgen so bis auf eigentlich waren es 13 prozent kann man jetzt hier nicht so sehen also ist wahrscheinlich die genauigkeit nicht da aber es waren 13 prozent hatte der akku heute morgen noch nach als wir aufgestanden sind und jetzt da gerade wurde der akku halt massiv geladen sieht man hier verbrauch ist auch hochgegangen beziehungsweise ich lade auch im hintergrund noch mein elektroauto mit und wir haben jetzt halt heute schon irgendwie 36 kW produziert wir haben auch schon 24 kW konsumiert und der rest ist jetzt halt oder das ist dann halt teilweise in den akku geflossen man kann das jetzt auch hier nochmal sehen so ich habe halt irgendwie in den letzten 24 stunden das blaue 6 6 6 also 19,8 3 kW habe ich jetzt in den akku geladen in den letzten 24 stunden und hier diese 54 prozent die habe ich irgendwie habe ich direkt verbraucht wie gesagt das elektroauto tut da sein tut da einen großteil tut ein großteil dazu so dann gucken wir uns das ganze mal im detail an dazu gehen wir jetzt mal auf die remote konsole des servo das sieht jetzt so aus ich gehe mal gerade hier einmal raus jetzt wird es gerade draußen ein bisschen dunkel die sonne geht weg wir haben jetzt hier oben erstmal die die ganzen die ganzen inverter und die die laderegler das sind diese hier mit hauswand hast du nicht gesehen einer davon ist momentan ohne solar panels da kommen jetzt demnächst zwölf paneele an die wand deswegen hier null watt der ist aber schon eingebaut hier sind man ist mein drei phasen system aus viktron multiplus zwei 5000er und hier kann man jetzt die zaun pv sehen da super jetzt gerade draußen ist alles dunkel geworden kommt vielleicht gleich noch mal wieder und hier sieht man jetzt auch gerade jetzt naja da wir einen hohen verbrauch haben und jetzt gerade wenig solar ist verbrauchen wir gerade mit 45 ampere aus dem akku raus sound pv macht 140 gehe ich erst mal gerade darauf ein wie kriegt das ding überhaupt eingebunden in em24 nämlich dazu muss ich einmal wenn er neu da ist unter modbus tcp devices gehen da kann ich dann sagen automatik scanning und dann legt er los und wenn ich alles richtig gemacht habe und die ip-adressen sauber erreichbar sind dann sieht das hinterher so aus der liste nämlich einfach ein gerät oder mehrere wenn er auch mehrere habt und mit dem mit der portadresse 502 und das war es dann im grunde genommen schon der ist also jetzt als modbus tcp tcp gerät verfügbar man könnte jetzt meinen der müsste unter energy metern auftauchen ist aber nicht so der zählt quasi als eigenständiges gerät energy meter da würde jetzt zum beispiel ein per direkt usb s 485 gerät auftauchen das wäre dann hier unter energy metern zu finden joa also wie gesagt einmal scannen lassen und dann taucht das gerät auf und wenn ich dann alles richtig gemacht habe dann finde ich nämlich hier vorne also gut bei mir heißt es jetzt pv-zaun ich habe es umbenannt standardmäßig steht da carlo gawazi em24 und dann nochmal eine ganz lange das kann aber jeder so benennen wie er möchte also bei mir ist es natürlich die pv-anlage am zaun deswegen sinnvoller name vergeben das kann ich dann nämlich hier machen ich habe die möglichkeit also fangen vielleicht mal ganz oben an ich habe hier meine drei phasen die machen jetzt natürlich gerade irgendwie nur spielzeug leistungen ich habe hier eine total leistung von momentan 121 watt und 8,7 kilowattstunden hat diese anlage bis jetzt gemacht wie gesagt die ist gerade frisch aufgebaut die kann auch nicht viel gemacht haben und die hatte auch eine höchstleistung von 1,8 kilowatt was sie leisten kann theoretisch wenn alles optimal ist optimal wissen die meisten leute aus so aus dem solarbereich ist es fast nie von daher kann ich mit den 1,4 kilowatt die da jetzt kommen schon sehr zufrieden sein so hier sehe ich dann nochmal die leistungen der einzelnen phasen und hier unten kann ich die phasen sequenz sehen wie ich eben sagte das erkennt der carlo gawazi ich habe jetzt l1 l3 l2 angeschlossen ich muss also l2 und l3 mal drehen dass das passt aber schlussendlich ist es auch jacke wie hose weil ich speise sowieso auf alle drei phasen ein mit dem ding und von daher ist total egal ich kann hier im bereich setup noch einstellen und das ist jetzt nicht ganz unwichtig wofür ist in dieser zähler überhaupt das heißt wenn ich jetzt hier drauf gehe kann ich auch ein grid meter oder einen generator auswählen das heißt ich kann diesen zähler auch nutzen um einen generator zu messen oder ich kann ihn nutzen um als grid meter also schlussendlich als netzzähler zu am netzübergabepunkt zu fungieren und somit auch ein ess darzustellen ich habe es jetzt eingestellt als pv-inverter und als zweite information die das system gerne hätte ist natürlich wo hängen dieser zähler überhaupt bei victron gibt es immer ac in und ac out ports ich habe jetzt einen ac in und einen ac out ich nutze ac in logischerweise bei einer insel nicht ist nichts angeschlossen der hängt einfach so rum ac out zwei gibt es bei quadro invertern von victron brauche ich ja auch nicht also bei mir hängt logischerweise der zähler am ac output zwei es ist einfach dafür da damit er zuordnen kann von wo kommt denn der strom und wo muss ich zählen also das merkt man relativ schnell wenn das nicht passt dann hat man hat man merkwürdige werte also was weiß ich an der falschen stelle in negative werte oder die phasen passen nicht oder wie auch immer da muss man einfach mal überlegen ob die werte die man da hat die da ankommen sein können und vielleicht hier mal einfach den output beziehungsweise die position des position des zählers ändern des weiteren kann man dann hier nochmal einstellen was hat man jetzt für eine phasen konfiguration auf dem zähler sagte ich vorhin schon das habe ich sogar noch mal falsch gemacht hervorragend das muss nämlich hier sein das ist nämlich drei phasen plus neutral das hatte ich jetzt tatsächlich falsch eingestellt da müsste ich mir jetzt noch mal ganz genau angucken wo denn der unterschied ist switch position ist das wo dieser kleine schalter jetzt auf dem gerät selber gerade steht bei mir steht auf position 1 also anlockt position 0 wäre lockt sprich dann kann ich meine informationen nicht abspeichern also meine meine konfigurations optionen kann ich nicht abspeichern und das war es dann auch schon was ich hier groß noch als als setup einstellen kann also so richtig viel falsch machen kann ich dann nicht so dann habe ich hier noch noch informationen über das gerät selber klar connected ist logisch wenn dann nur stehen würde wäre doof dann hätte würde er das gerät nicht finden dann stimmt irgendwas mit eurem netzwerk nicht hier noch mal der connection type modbus tcp und so weiter ip-adresse hier noch mal was es für ein gerät ist den namen kann hier einstellen kann ich auch ändern dann habe ich eine produktprodukt id da weiß ich jetzt tatsächlich im bereich kalu gawazi nicht so ganz genau wofür ich das brauche aber wahrscheinlich identifiziert sich der zähler anhand dessen am servo gerät selber dann habe ich hier noch mal die firmenware version die ich dort genau abgucken kann nachgucken kann also wir haben vorhin im kalu gawazi tool gesehen dass er gesagt hat ja du hast firmenware version 1.6 aber hier sagt er mir jetzt firmenware version 1.6 48 also noch mal detaillierter und eine hardware version habe ich auch noch wie ich eben sagte hier gibt es einige zähler die ausgeliefert worden sind mit 1.3 achtet darauf wenn ihr gerade wenn ihr das mit einem viktron system betreiben wollt seht zu dass euer zähler auf version 1.6 ist mindestens 1.3 wird euch nicht viel vergnügen bereiten also zähler hängt sich auf kommunikation funktioniert nicht und so weiter gibt es im viktron forum einige threads drüber also wenn es euch interessiert lest euch die mal durch ansonsten installiert die version 1.6 und habt ruhe via m instanz ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant zu wissen wenn ich diesen diesen diese zaunanlage jetzt irgendwie abfragen möchte beziehungsweise irgendwie im vrm wiederfinden möchte dann schaue ich mir einfach an welches gerät hat im vrm die id 40 und da sehe ich unter device list hier unten inverter pv inverter zaun pv 40 also er zeigt dass sie auch als pv inverter an das macht dann natürlich nur weil ich den entsprechend konfiguriert habe im auf dem servo und id 40 ist halt genau das gerät was ich haben möchte ich kann mir das noch mal genauer angucken jetzt sagt er mir halt auch position und so die ganzen informationen die ich gerade noch mal die ich gerade eben erzählt habe und auch hier wenn ich jetzt unter advance gucke dann sehe ich die information hatte ich glaube ich schon freigegeben ja genau hier ist hier ist der 40 und hier unten auch nochmal also hier kann man sehen jetzt so die leistungsverteilung über den tag für alle phasen ich kann jetzt mal zum beispiel auch das total dazu holen wenn ich hier drauf klicke dann sehe ich dass die die gesicht die gesamtleistung des systems beziehungsweise des pv inverters über alle drei phasen ich kann es auch ausblenden also ich kann mir hier die informationen für jede phase einzeln ranholen wenn ich jetzt zum beispiel die beiden phasen ausblende und die anmache da kann ich das genau sehen ich habe hier unten noch mal die aktuellen informationen die jetzt gerade am piff am energy meter anstehen und leider habe ich nicht so viele informationen wie bei den mppt ist mit den spannungen und sowas wäre auch ein bisschen zu viel verlangt aber ich kann jetzt hier über widgets könnt also kann ich mir schauen welche habe ich denn überhaupt zur verfügung und aber bei dem bei dem m24 habe ich tatsächlich nur zwei und die kann ich auch hier nur die habe ich auch beide aktiviert also wenn ich mir jetzt sonst solar charger mal ranhole dann habe ich hier schon mal mindestens sechs optionen und wenn ich mir irgendwie ein anderes gerät hier so keine ahnung gateway dann bin ich da schon bei informationsmäßig auf einer ganz anderen ebene aber man kann es halt auch übertreiben so ein paar informationen reichen potenziell natürlich aus so noch mal zurück hier zur remote konsole das ganze integriert sich halt vollkommen transparent ins system rein ich habe hier habe ich das eben schon sagte meine ganzen anzeigen ich habe meine stromerzeugung ich muss halt wie gesagt darauf achten dass ich die ip-adresse sauber setzte und wenn das bei euch passieren sollte wie es mir passiert ist nämlich dass sich die ip-adresse ändert dann habt ihr den ganz lustigen das ganz lustige problem dass ihr das gerät zwar im viktron seht aber es funktioniert nicht so und dann müsst ihr nämlich den servo einmal rebooten dass danach ist das gerät dann plötzlich da lässt sich ansprechen ist alles total super aber solltet ihr probleme haben das einzubinden und ihr könnt dieses also ihr könnt den das em24 sauber hier mit der carlo gavazzi software ansprechen und hier oben funktioniert das dann plötzlich nicht über das modbus tcp dann tut euch selber ein gefallen und rebooted einmal das servo dann wird das funktionieren bei mir war es genauso das hat mich auch erst am anfang ein bisschen verwirrt und hat mich auch wieder mal zehn minuten zeit gekostet weil ich irgendwie dachte naja da habe ich wieder einen anderen bock irgendwas funktioniert nicht so wie ich so wie es möchte so dann bin ich glaube ich auch am ende meiner erklärung zum einbinden eines carlo gavazzi power meters als ja als pv meter in eine viktron anlage das funktioniert natürlich analog für alle möglichen anderen pv inverter auch also was auch immer ihr da habt ob es einphasig oder dreiphasig habt ihr könnt immer dieses gerät benutzen ihr müsst nur in die anleitung schauen wie das denn genau verkabelt wird ich gucke noch mal gerade ob ich das auch noch mal zeigen kann ach so hier ist übrigens noch mal die beschreibung der das gerät hat oben noch mal so einen kleinen knopf wo man die einstellungen gegebenenfalls auch direkt am am em24 vornehmen kann also mehr oder weniger ist das so ein vierwege schalter mit zum knöpfchen in der mitte und hier wird genau erklärt wie ich das ganze ding verwenden kann so und was ich eigentlich zeigen wollte hier ist noch mal eine legende sind eigentlich anschluss schemata die normalerweise mitgeliefert werden ich gucke noch mal ganz am ende der anleitung manchmal sind die dinger ja da ich hoffe es irgendwie nicht da schade es gibt auf jeden fall noch mal eine kurzanleitung auf der webseite von carlo gavazzi und in dieser kurzanleitung sind anschluss schemata da also wenn man sich nicht sicher ist was man da tut und wie man das anzuschließen hat null ist klar und die phasen sind eigentlich auch eineindeutig beschriftet aber von man man weiß ja nie na also wenn jemand sich unsicher ist schaut in die anschluss schemata rein und auch hier gilt natürlich immer nur an dieser ganze geschichte dürfen nur leute arbeiten die entsprechend unterwiesen sind die ahnung davon haben was sie gerade tun also laien lass das lieber da kann man ja ganz böse eingewisch kriegen wenn man da an die falschen punkte anfasst und das kann echt tödlich enden lasst die finger davon ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit freue mich auf kommentare likes und abos für unsere kleinen und uns kleinen youtuber ist das echt wichtig dass wir die bekommen weil ansonsten ist unsere sichtbarkeit quasi gen null und das ist schade weil wir investieren schon arbeit und zeit und von daher wäre das toll wenn ihr das machen würde vielen dank dafür wir sehen uns beim nächsten video macht's gut und tschüss wir sehen uns beim nächsten video